recht herzlich willkommen zur 181 folge von towns er hat gerade die treppe dahin gebaut der gute jetzt können wir auch von innen da hochlaufen wunderbar da müssen wir hier irgendwann noch gucken das hat man letztes mal schon gesagt wie es da läuft und was macht unser treppenhaus eigentlich hier das ist fertig weiß auch keiner ob das richtig oder falsch ist ja das sieht gut aus das sieht auch gut aus dass sie bestens aus ja ich glaube das ist super wenn die anderen treppenhäuser ist dann die frage ob man die abreißten das hier ist glaube auch richtig werden das hier fraglich ist ob das passt oder nicht ist mal gucken ob da einer hochläuft oder runterläuft na ja auf jeden fall kommen hühner hoch aber die können ja auch fliegen gut okay ja hier ist auch ein treppenhaus das sieht aber alles okay aus wir sollten pausenspiel das heißt angraf wo sind sie spinnen aber das ist aber auch gar nicht mehr so schlecht können wir gucken wo hier unsere mauer vielleicht nicht in ordnung ist ne ja da zum beispiel das wissen wir auch schon so da brauchen wir gar nicht gucken dann werden die wahrscheinlich das war falsch das war holz ich brauch stein wenn die wahrscheinlich auch gleich da durchlaufen das ist dann doof gelaufen auf deutsch gesagt ne das weiß ich nicht aber wir werden sehen wo sind sie jetzt sind sie schon unterwegs ja sie nehmen aber die tür das ist also die öffnung hier wo wir dann sagen okay jeder geht einer schon hinter der ersten spinne hinterher und zu zweit sind aber etwas langsam mit dem stein in der hand oder wie sehe ich das das klappt wohl nicht mit der spinne etwas dumm gelaufen hier jetzt ist aber erledigt ja das sind die sechs die werden sie ja so zack zack machen und dann war es das mal hier gucken wo weit sie hier sind wo weit wie weit sie hier sind da kommt auch noch einer mit dem stein den macht er da vorne hin super sollte da auch wegkommen gut sieht top aus alles das funktioniert auch aber da ist es natürlich dann noch nicht hoch genug das würde bedeuten wir haben noch stein ausgewählt das ist definitiv da zwei hin müssen noch wir müssen aufpassen dass die auch wieder runter kommen ne hier muss auf jeden fall auch noch einer drauf und da auch das klappt dann schon hier geht auf jeden fall auch und da muss mindestens einer hin ne da müssen sogar zwei hin weil das ist nicht zurückliegend sondern oder es ist doch zurückliegend gute frage ne ich glaube das ist zurückliegend da ist ein leer stein zwischen sollte das da funktionieren in dem sinne ja da lief gerade einer da lang das könnte das zeichen dafür gewesen sein dass es hier nicht mehr hoch geht jetzt wird es dunkel ziele frage ok wo ist hier die mauer na wahrscheinlich da oder mach den da mal hin und den müssen wir nochmal nehmen weil wir jetzt die schifftaste aus versehen vergessen haben ich glaube jetzt müsste das passend sein die mauer wird auf jeden fall passend gebaut und da ist natürlich noch ein stein ganz tief unten fehlend ok und schon der nächste wo geht der hin dazwischen muss auf jeden fall noch einer hin wo bleibt der stehen ja wo ist der gerade lang gegangen das müssen wir nochmal kontrollieren wo der lang gegangen ist wir können ja mit den soldaten angucken ob die mauer geht oder nicht ne da brauchen wir nur patrol points machen und dann sollte das funktionieren ne noch ist er von außen lang gegangen da ging es auch lang das haben wir schon das sieht jetzt gut aus hier kommt noch einer der läuft ganz außen rum und da oben kann definitiv auch was drauf das sieht doch gut aus oder die drei müssen dann auf jeden fall auch noch da hin aber da kann man noch lang also muss da auch noch ein stein hin ok er wartet hier ja kommen wir weiter da kommt noch ein stein super ich glaube schon so großen umweg irgendwie ok das hat auch klappt und das nicht ok jetzt wird die mauer so rum das bedeutet da lang und da glaube ich auch noch einen hin und die können da irgendwo durchlaufen verstehe ich jetzt zwar nicht aber ist der hammer ja wo geht es hier durch dieser stein hier weiß nicht wie aber unter dem geht es irgendwie drunter her so das macht schon mal erstmal guten eindruck hier von innen hoch gehen ist alles gut und der ging da jetzt auch wieder durch mal gucken wann das loch zu ist irgendwo da geht es durch komisch also da kann ja nur noch da sein dann ne ja das sieht auch so aus als ob da drunter einer fehlt dann den werden wir gleich auch noch hinkriegen ne da steht jetzt einer oben auf der mauer wie kommt der da weg hier müsste er weg können ne oder mal schauen auf jeden fall kann er da hinten runter weg er hat aber diesen weg gewählt das heißt da muss auf jeden fall noch einer hin da kommt dann noch ein stein hin ja da kommt schon einer mal gucken wo der hinläuft jetzt dunkel sehe nicht unbedingt wo was gebaut wird so da wissen wir jetzt nicht wo der lang gelaufen ist das sieht schon komisch aus da jetzt also dieser stein den wir gerade zuletzt gesetzt haben der definitiv woanders sitzend meine ich kann mich aber auch täuschen neiner muss noch kommen auf jeden fall er sitzt den da oben drauf der kann da immer noch durchlaufen es ist sehr sehr komisch wo läuft der jetzt weg hier lang ok das bedeutet da muss die mauer auch noch verstärkt werden gucken wo es durch geht dann wie weit sind die steine da oben sind noch genug können also noch welche klopfen gut warten wir noch mal gerade da war einer schon unterwegs wo kommt der lang wo kommt der lang da durch und jetzt wo geht er zurück wenn er hier durch zurück geht dann weiß ich auch nicht wie es reparieren soll wie ist der da jetzt durchgegangen ne ne der ist da irgendwo lang gegangen oder jetzt lass den schneller kommen dann wissen wir da ist zu und jetzt muss da noch einer drauf bevor der da wegläuft kommt der weg doch oder jetzt ist er da lang gegangen das bedeutet da geht es auch irgendwie hoch keine ahnung wie aber da geht es hoch da kommt wieder einer gucken wie der da jetzt hinkommt der geht hier lang und durch da rüber da jetzt kommt nur einer dahin oh wir haben neue mitbewohner bekommen wir waren es zwei da kommt wieder ein stein so der läuft von innen da hoch ist klar dürfte jetzt aber na kann er auch noch von innen aber ob er jetzt von außen kann das ist die nächste frage so das bedeutet wir müssen jetzt den patrouillen punkt machen denke ich mal at patrouille point und at patrouille point jetzt müssten die soldaten kommen der ist da lang gegangen und kann da lang super nee oh so die gehen da rüber haben wir jetzt keinen gesetzt oder was jetzt haben wir einen gesetzt jetzt müssen wir gucken wie die patrouille da gleich weiter läuft wenn der stein gesetzt ist patrouillen sind da stein kommt noch nicht dann läuft einer mit dem stein zwar durch die Gegend aber nicht der richtige stein ach die machen hier schon was rein oder? ne das flimmt da kommt der richtige stein aber mir fällt gerade ein dass wir hier mal gerade erquipten müssen so dann muss man mal sehen ob die da gleich noch rüber kommen oder nicht wenn der nächste stein kommt einen haben wir noch da kommt er so ok sehr schön dass man hier rüber gehen kann so ja da geht es noch wunderbar rüber wie man sieht Mauer noch höher ziehen aber dieses ist so ja bitte steine kommen lassen was dreht der da so die steine werden hier auch gemacht ne oder weiß ich jetzt auch nicht ne eigentlich da oben dreier kommen schon mal das sind die Ecksteine da wahrscheinlich die sehe ok der eine geht von außen dran was ja auch machbar ist noch noch und nach innen geht man da runter das ist kein problem jetzt haben wir noch die 2 da 1 2 da kommen sie und dann sollte das eigentlich zu sein oder dann meine ich müssten sie da hinten rumlaufen so da einer 2 ja gut jetzt kommen die beiden steine hat er noch mal gerade Glück gehabt da durch zu kommen und er geht da hoch und da lang ok dann bedeutet das da muss noch was hin aber hier geht es nicht mehr wohl ein stein fehlt uns da jetzt noch wer macht denn keiner wir müssen noch ein paar fenster rein ne aber jetzt kommt unser letzter stein und dann müssen wir gucken dass der dahin kommt und dass die dann noch nicht mehr lang gehen können ne da kommt er ja na komm dann gucken wir uns den grad an den angriff ok da sind ein paar mehr weiter laufen lassen so der hat den stein dahin gesetzt und so wie wir sehen müssen wir jetzt da hinten lang alles klar so das würde ich sagen setzen wir ganz schnell noch einen patrouillen punkt hier hinten hin und ich glaube dass die hier lang laufen werden und den remove mal hier wo war der andere jetzt wo war der andere jetzt da und den auch weg wo sind sie da sind sie hier und die sind schon alle hier und setzen sich in marsch ist die frage jetzt geht es hier los und unsere soldaten und die können hier über den zaun klettern schon und diesen zaun das ist viel vieh oder sowas aber sonst noch nichts ne so die sind ordentlich am arbeiten unsere soldaten und dafür sind sie auch da gut das bedeutet diesen bretter zauern aber der erste kann weg und da muss was anderes hin und da muss was anderes hin gut let's try lock war das wird viel arbeit sein das weg zu machen und dann kommt das dahin da liegt natürlich jetzt so ein toller gut da im weg naja okay da wissen wir aber auf jeden fall dass wir da demnächst weitermachen müssen hier sieht es wohl so aus dass ein ganzes stück auf jeden fall nicht überschritten werden kann dann ist das ja schon mal gut ja und sonst gucken wir gerade noch einmal ins essen rein fünf brote äpfel bieren sind genug da läuft erstmal ne gut dann würde ich aber sagen soll es für die folge auch reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss